Willkommen in der Scalable Investor Corner. Alle Welt redet über KI, künstliche Intelligenz. Christian, zu Recht? Ja, unbedingt. Künstliche Intelligenz wird unser Leben, Wirtschaft, Gesellschaft nachhaltig verändern. Wie das genau laufen wird, das wissen wir natürlich noch nicht. Chat-GPT gibt uns so einen ersten kleinen Vorgeschmack, aber die Börse muss natürlich weiterschauen und preist so ein bisschen von dem Potenzial ein. Insbesondere dort, wo es jetzt schon konkret ist, nämlich bei den Rechenzentren, wo die Kapazitäten aufgebaut werden. Deswegen sind die Kurse von Halbleiteraktien ja sehr gut gelaufen. Ist denn jetzt noch der richtige Zeitpunkt zum Investieren? Ja, der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist immer, auch und gerade wegen KI. Denn künstliche Intelligenz wird für Produktivitätsfortschritte sorgen. Über die Zeit wird es Unternehmen leichter machen, Gewinne zu machen, optimale Leistungen für ihre Kunden bereitzustellen. Nur, man sollte halt nicht in einzelne Firmen dort wetten, sondern am besten breit diversifiziert, global, sektoral, möglichst günstig mit einem ETF einfach loslegen. Also ganz getreu dem Motto, breit gestreut, nie bereut. Einfach, breit diversifiziert und langfristig können auch Sie investieren bei Scalable Capital.